Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Starter Pack aus der UK Edition der Champions League Magitex 2020, 21 Trading Cards von TOPS. Und damit seid willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute mal das in England erschienene Magitex Starter Pack zur neuen Champions League Saison anschauen wollen. Erschienen ist das Ganze in Großbritannien bereits Ende August, da hätte ich euch das Ganze natürlich auch gerne schon gezeigt, dank der Postlaufzeit von über zwei Wochen ist es jetzt erst angekommen zu einem Zeitpunkt, in dem auch bereits in Deutschland die neue Champions League Kollektion erschienen ist. Das Ganze in diesem Jahr außerordentlich früh, zumindest in Deutschland, in Großbritannien war das ja bereits im letzten Jahr auch schon der Fall, da liegt das ja hauptsächlich am Kampf um die Marktanteile zwischen Panini und TOPS. Panini hat ja in diesem Jahr auch extrem früh die Premier League Kollektion auf den Markt geworfen, von daher überrascht eigentlich nur der frühe Erscheinungstermin in Deutschland, das werden wir dann sicherlich nochmal beim deutschen Starter Pack thematisieren. Heute wollen wir uns aber zunächst auf das Englische konzentrieren, laut TOPS soll es Unterschiede zwischen der deutschen und der englischen Kollektion geben, die sollen allerdings deutlich geringer ausfallen als noch im Vorjahr. Welche das sein sollen, habe ich beim Abgleich der Checklisten allerdings bisher noch nicht rausfinden können. Falls ihr da irgendwas entdeckt habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, ist sicherlich für alle Interessante, die sich mit dieser Kollektion beschäftigen. So, das ist erstmal genug der Vorworte, jetzt wollen wir uns das Starter Pack anschauen. Ihr seht es oben am Rand drin ist eine Sammelmappe, ein super großes Spielfeld dazu, Sammlermagazin und Spielregeln. Preis in England 5 Pfund, in Irland wird das Ganze für knapp 8 Euro verkauft. Und wie wir es inzwischen von den Starter Packs von TOPS kennen, finden wir in diesem Starter Pack 14 exklusive Karten, die es nur in diesem Starter Pack geben wird. Und darunter befindet sich eine Limited Edition Card in Gold von Roberto Firmino. Kurzer Blick noch an den unteren Rand, da wird wie eigentlich inzwischen immer Werbung für die Magitex App gemacht. Das Online-Spiel ist ja inzwischen auch ein großes Thema und das setzt sich quasi hier auf der Rückseite fort. Denn hier geht es nahezu ausschließlich um die Magitex App, sodass wir uns das auch nicht groß länger anschauen müssen, sondern jetzt mal das Starter Pack hier aus dieser Hülle rausholen können. Ich habe gehofft, ich kann es an dieser Lasche aufziehen, aber die ist so gut verschweißt, dass man das Ganze dann doch aufreißen muss. So, nachdem wir uns von der großen Hülle befreit haben, werfen wir schnell einen Blick auf dieses überdimensionale Spielfeld. Denn dann können wir das auch vom Tisch nehmen. So rum ist es richtig. Vom Material hat Topstar schon was richtig Stabiles gebaut. Also das fühlt sich so an, als wie wenn ihr irgendwas einlaminiert. Das kennt ihr sicher nicht. Von daher sollte das auch kein Problem sein, wenn da mal Wasser draufkommt. So, und wir schieben das jetzt einmal eben durchs Bild, damit ihr das mal in Gänze gesehen habt. Also auf der einen Seite Europa League und auf der anderen Seite die Champions League. Wobei sich das optisch glaube ich nicht sehr viel gibt. Außerdem Logo in der Mitte. So, das Einzige, gegen was selbst dieses Spielfeld nicht geschützt ist, sind die Knicke. Und die sind hier schon reichlich drin. Dadurch, dass das Ganze größer ist als diese Sammelmappe und dementsprechend auch ungeschützt. Und oben über den Rand rausragt. So, und dann wollen wir uns mal mit unserer Sammelmappe näher beschäftigen. Wir packen unser Kartenpäckchen zunächst mal an den Rand. Hier haben wir das Deckblatt der Kollektion. Das, wie ich finde, richtig schick geworden. Auch mit so einem leicht metallischen Effekt, dass es entsprechend glänzt. Allerdings ist hier auch schon Knick drin. Also das Ganze hat beim Transporter doch ein bisschen gelitten. Auf der Rückseite finden wir den Champions League Pokal, den sich im letzten Monat der FC Bayern gesichert hat. Und hier unten links finden wir eine ganz interessante Angabe. Redaktionsschluss für diese Kollektion war am 1. August. Heißt also zu einem Zeitpunkt, zu dem die laufende Champions League Saison noch nicht mal beendet war. Die kompletten Viertelfinalspiele, Halbfinalspiele und das Finale wurden ja alle erst im Laufe des Augusts ausgetragen. Also alles, was da passiert ist, gar nicht mehr in diese Kollektion eingeflossen. Heißt somit auch, der FC Bayern wird hier keine speziellen Karten bekommen haben. Denn man wusste natürlich nicht, dass die Bayern die Champions League gewinnen. Und hier haben wir das hintere Deckblatt mit dem Europa League Pokal. Und für die Europa League gilt natürlich genau das Gleiche. Auch hier das Ganze entworfen und konzipiert, bevor man überhaupt wusste, wer der Europa League Sieger 2019-20 wird. Rechts sehen wir die Liste mit den Limited Edition Cards. Das in England typische Gold, Silber, Bronze System. Das wir aber diesmal bedauerlicherweise auch wieder nach Deutschland bekommen. 10 verschiedene Spiele haben wir da mit Gold, Silber und Bronze Karten. Heißt also insgesamt 30 Limited Edition Cards. Dazu kommt eine in Platinblau von Timo Werner, die man bekommt, wenn man was über den Topps Printme Service anfordert. Und all diese Angaben, die ihr hier in dieser Liste seht, gelten natürlich für England. Denn in Deutschland haben wir ja zum Beispiel kein Match of the Day Magazin, dem die Karten von Erling Haaland in England beiliegen werden. Genauso fraglich, ob wir auch alle Produktformen in Deutschland bekommen, die es in England geben wird. Zum Beispiel der berühmte Countdown Kalender. Also das, was in England als Adventskalender gilt, haben wir in den letzten Jahren ja eigentlich nie in Deutschland. So, dann noch der Blick auf die Rückseite, auf der man dann bereits Topps Festival und Swap'n Playtour Termine angebt. Ob das dann in Zeiten von Corona alles so gut ist und ob es überhaupt stattfinden wird, wird sich dann sicherlich zeigen. Immerhin ist hier unten eine entsprechende Social Distancing Information mit aufgedruckt. Also das unsere zwei Deckblätter, die werden wir mal eben schnell in die Sammelmappe reinfriemeln. Zunächst mal unser Deckblatt. Ich muss sagen, Sammelmappe eigentlich immer das Positivste bei Topps. Die hat durchgehend eigentlich immer eine richtig gute Qualität. Ist leider bei der Konkurrenz momentan nicht so der Fall. Was man ein bisschen verbessern könnte, ist die Größe des Deckblatts, denn das stößt eigentlich relativ nah an den Rand hier ran. Und rutscht damit auch immer leicht raus. Heißt, es steht also immer leicht über. Und wie das dann nach einer Weile aussieht, das werden sicherlich viele von euch kennen. Also von daher ist es am besten, wenn man das mit einem Cutter, wenn man dann einen hat, mal ein Stückchen kürzer säbelt. Ansonsten tut es da sicherlich auch eine Schere, mit der man das Ganze ein Stückchen kürzer schneidet. So, das ist also unsere richtig schicke Sammelmappe. Dann haben wir hier dieses Mini-Sammler-Magazin. Wird natürlich auch wieder dominiert von Werbung für die Matchetex-App. Dazu dann eine Vorschau auf die weiteren Produkte, die es in England zu dieser Kollektion gibt. Multipacks sehen wir hier, dann Mega-Multipacks. Denn in England gibt es ja immer zwei verschiedene Boostergrößen. Die Booster für ein Pfund mit sieben Karten und die Booster für zwei Pfund mit 15 Karten. Dementsprechend in dem kleinen Multipack 35 Karten im Großen 75. Dann der eben angesprochene Countdown-Kalender. Dann haben wir Mini-Tins und Mega-Tins, die wie wir sehen Topsets auch in Karton einhüllt statt in Plastik. Und in diesem Jahr gibt es dann sogar fünf Mega-Tins, wo ich dann sagen muss, langsam übertreibt man es da ein bisschen mit den Subsets in dieser Kollektion. Denn in jeder Mega-Tin ja immer nochmal exklusive Karten enthalten. Dann gibt es noch ein paar neue Produkte wie die Deluxe-Battle-Packs, in denen sich dann auch ein Stoffspielfeld befindet. Die relativ kleinen Power-Packs sind auch neu mit drei Päckchen, insgesamt also 21 Karten für drei Pfund. Und die Collector-Packs kennen wir schon aus früheren Kollektionen, in denen man dann Booster-Packs mit Mini-Tins mischt und meistens noch eine limitierte Karte und Top bekommt. So, dann rechts oben der Hinweis auf den Tops Online-Shop. Da versucht man ja auch immer mehr Sammler hinzuziehen durch die Vergabe von exklusiven Karten. Dazu gibt es dann auch exklusive Produkte, die es nur im Online-Shop geben wird. Sehen wir da oben ein Boot-Back-Bundle, ein Mega-Countdown-Kalender, der da anscheinend doppelt so groß ausfällt wie der normale Countdown-Kalender. Eine Legend-Autograph-Box, die man in dieser Woche dann den Sammlern in so geringer Stückzahl angeboten hat, dass sie nach ein paar Minuten schon wieder vergriffen war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich gehören Autogramme in die Kollektion, in alle Booster rein und nicht in eine extra Box ausgelagert, nur um nochmal zusätzlich Geld zu machen. Aber das wohl momentan der Trend bei Tops. Dann haben wir noch die Pro-Select Mega-Tin, die anscheinend so ein bisschen angelehnt ist an das, was wir von Lionel Messi im letzten Jahr gesehen haben, mit einem exklusiven Set, diesmal von Roberto Firmino ausgesucht. Dann wird es auch wieder Match-Attacks-On-Demand-Cards geben, das kennen wir jetzt auch schon seit zwei Saisons. Direkt nach jedem Spieltag gibt es immer fünf Cards mit den jeweiligen Highlights des entsprechenden Spieltags. Dann Printme, wo ihr eure Karte selbst gestalten könnt. Das ist ja in Deutschland in der letzten Saison ziemlich in die Hose gegangen, da sucht man bei Tops wohl gerade eine neue Druckerei in Deutschland. Hoffen wir also mal, dass sich die bald findet und man auch in Deutschland wieder Printme-Karten gestalten kann. Denn ich weiß, viele von euch haben Spaß daran, ihre eigene Karte zu haben. Dann auch ganz interessant, was hier unten angekündigt wird, Tops Chrome Match-Attacks. Also offenbar so ein bisschen eine Mischung aus Tops Chrome, was ja normalerweise eine Premium-Serie von Tops America ist und den Match-Attacks-Cards. Auf Basis dieser Karte von Lionel Messi sieht das so ein bisschen so aus, als bekommen die Cards aus dieser Kollektion zumindest 200, so wie es da unten steht. Dann dieses entsprechende Chrome-Finish, also diesen spiegelnden Hintergrund. Also einiges, was Tops davor hat, darf man sicherlich gespannt sein. Hier hinten noch die Spielanleitung für alle, die mit den Cards gegeneinander antreten möchten. So und bevor wir uns unseren 14 Karten, also diesem kleinen Subset mit der Limited Edition widmen, habt ihr sicherlich eine Sache vermisst, die sonst normalerweise immer bei so einem Starter-Pack-Unboxing besprochen wird. Und das ist die Checkliste der Kollektion von Tops, den wir aus den letzten Jahren ja schon gewohnt, dass eigentlich immer nur die Mannschaften abgebildet und keine Details zu den erhaltenen Spielern aufgeführt sind. Dieses Jahr hat man das dann nochmal ein bisschen gesteigert und gar keine Checkliste mehr beigepackt und gedacht, die können sich die Sammler ja einfach auf der Tops-Seite runterladen und sich dann selbst ausdrucken. Ich habe das mal für euch gemacht, allerdings in schwarz-weiß, da ich dafür nicht auch noch Farbe verschwenden wollte. Und ich würde sagen, wir gehen mal eben schnell durch die Teams durch. Ich hole euch das Ganze auch mal ein bisschen näher ran, damit ihr das auch besser erkennen könnt. Aus Spanien dabei, Real Madrid, Barcelona und Atletico Madrid. Wer fehlt, ist die vierte Mannschaft, die sich in Spanien für die Champions League qualifiziert hat. Und das ist in dem Fall ausgerechnet der Europa League-Sieger FC Sevilla. Aber das konnte Tops natürlich noch nicht wissen, da man wie gesagt die Kollektion ja schon am 1. August angefangen hat zu produzieren. Aus England haben wir dann Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Leicester und Tottenham. Und somit die ersten sechste Tabelle, also die vier Champions League-Teilnehmer und die zwei Europa League-Teilnehmer. Aus Deutschland sehen wir dann Bayern, Dortmund und Leipzig. Aber der vierte aus Deutschland hat es auch in die Kollektion geschafft. Finden wir dann hier auf der zweiten Seite mit Borussia Mönchengladbach. Nach langen Jahren mal wieder in einer Champions League-Kollektion dabei. Aus Frankreich haben wir dann Paris Saint-Germain und Olympique Marseille. Mit Startrennen hat man sich dann eine interessante Mannschaft entgehen lassen, die davon profitiert hat, dass der FC Sevilla sich über die Liga für die Champions League qualifiziert hat und gleichzeitig die Europa League gewonnen hat. Somit Startrennen als dritte Mannschaft aus Frankreich automatisch für die Gruppenphase qualifiziert. Dann haben wir aus Portugal Benfica Lissabon und somit eigentlich nur den Zweitplatzierten der portugiesischen Liga, der FC Porto, fehlt. Benfica derzeit noch in der Qualifikation. Aus Russland den Tabellenersten mit Zenit St. Petersburg. Da hätte sich der zweite Rhein theoretisch noch angeboten mit Lokomotive Moskau. Aus Belgien Club Brücke. Dann haben wir aus der Ukraine auch schon den langjährigen bekannten Champions League-Teilnehmer Schachtor Donetsk. Aus der Türkei diesmal neu dabei. Basakşehir aus Istanbul, den letztjährigen Meister. Und darunter sehen wir mit Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers. Zwei schottische Teams in dieser Kollektion, auf die ich gleich nochmal näher eingehen werde. Und hier unten die Special Cards mit den Star Player, den Hattrick Kuros, den Rising Stars, den Club 100 Karten und den Man of the Match Karten. Dazu die vier Taktik Karten dieser Kollektion. Und bezüglich dieser beiden schottischen Teams hat Topps auch nicht gerade das glücklichste Händchen gehabt. Auch wenn ich mich persönlich freue, mal wieder Karten von Celtic und den Rangers zu bekommen. Aber Celtic bereits in der Champions League Qualifikation ausgeschieden. Die Rangers stecken derzeit noch in der Europa League Qualifikation. Von daher kann man ganz gut sehen, wie viel das eigentlich mit der nächsten Champions League Saison zu tun hat. Denn das ist bereits die komplette Checkliste. Und der eine oder andere von euch wird sich jetzt sicherlich verwundert die Augen reiben. Denn es ist tatsächlich kein einziges italienisches Team vorhanden. Ajax Amsterdam aus den Niederlanden ist nicht dabei. Die sich durch die Siege von Bayern und Sevilla auch automatisch für die Gruppenphase qualifiziert haben. Konnte man aber natürlich auch nicht wissen. Aber das ist kein einziger Verein aus einer der stärksten europäischen Ligen. Und dazu muss man die italienische sicherlich zählen, in diese Kollektion geschafft hat. Zeigt schon, was diese Kollektion überhaupt noch mit der nächsten Champions League Saison zu tun hat. So, das sind die ersten beiden Seiten der Checkliste. Es gab auch noch eine dritte Seite da, aber hauptsächlich die Produkte drauf, die zusätzlich erscheinen. Also diese fünf Subsets aus den Megatins. Dann die exklusiven Superstar-Karten aus diesem Starter-Pack, die wir gleich noch sehen werden. Die XL-Karts, die es dann hauptsächlich wieder im Tops Online-Shop geben wird. Und hier rechts die Limited Edition Cards, die wir eben schon gesehen haben auf der Rückseite der Sammelmappe. Wer sich das Ganze näher anschauen möchte, ich hole es euch eben auch nochmal ein bisschen näher in die Kamera. Ist leider ein bisschen wackelig aufgrund des dünnen Papiers. Aber ich denke, für einen schnellen Eindruck reicht es. Und ansonsten findet ihr die Checklist, wie gesagt, auf der Webseite von Tops. Zu beachten hier sicherlich noch die LE 2G, der berühmte Ionel Messi. Wer kennt die nicht? Und zum Vergleich habe ich mir dann mal die Checkliste aus der deutschen Version gezogen, die inzwischen auch auf der deutschen Webseite von Tops ist. Die ersten beiden Seiten komplett gleich. Und die dritte Seite unterscheidet sich eigentlich nur darin, dass der Balken mit den Limited Edition Cards auf der linken Seite ist. Und man bei dieser in Deutschland erhältlichen internationalen Edition keine näheren Details zu den Limited Edition Cards dazu geschrieben hat. Da hier sicherlich auch noch gar nicht so ganz klar ist, wo die überhaupt alle erscheinen werden und in welchen Produkten sie enthalten sind. So, das ist also die selbst ausgedruckte Checkliste. Dann habt ihr das auch mal gesehen und wisst jetzt auch, welche Mannschaften in dieser Kollektion vertreten sind. Anhand dieses kleinen Päckchens mit dem Subset sieht man das ja meist nicht so gut, da hier noch keine normalen Karten aus der Kollektion drin sind. So, das wollen wir uns natürlich jetzt zum Abschluss aber auch nochmal anschauen. Wir sehen da zunächst die Limited Edition Cards von Roberto Firmino und die, wie ich finde, richtig gelungen mit diesem Gold auf dem schwarzen Hintergrund. Das sieht schon sehr edel aus, das Ganze. Also da hat Tops auf jeden Fall einen guten Job gemacht. So sehen die Karten von hinten aus mit Vereinswappenposition auf dem Spielfeld. Dann gibt es natürlich auch wieder den Zettel mit dem Schwie-App-Code. Den halte ich erstmal für mich. Und dann haben wir unser Subset mit den Superstars. Beginnend mit Clement Langley von Barcelona. Dann haben wir Wijnaldum von Liverpool. Noch ist er ja da. Mal schauen, ob er in der nächsten Saison auch noch in Liverpool spielen wird. Dann David Alaba von den Bayern. Dann Dani Olmo von Leipzig. Mo Salah, ebenfalls Liverpool. Dann André Di Maria von Paris. Casemiro von Real Madrid. Nochmal Real Madrid mit Vinicius Junior. Van Bissaka von Manchester United. Marquinhos von Paris. Christian Pulisic von Chelsea. Marco Reus von Dortmund. Und zum Abschluss haben wir noch eine Taktik-Karte. Denn es sind insgesamt nur 12 Karts in diesem Subset. Ich lege sie hier auch nochmal eben schnell hin. Dann haben wir sie alle im Abschlussbild. Und man hat einen ganz guten Überblick über das, was in diesem Starter-Pack enthalten ist. Viel ist es ja nicht. Da Tops keine separaten Booster mehr beipackt, würde ich persönlich begrüßen. Denn dann bekommt man auch immer schon mal einen ersten Eindruck von der Kollektion. So haben wir hier nur dieses Subset mit den Superstars, bei denen Tops uns auch übers Ohr gehauen hat. Denn ich sehe hier nicht, wie auf dem Starter-Pack angegeben, 14 Shiny-Karts, sondern nur 13. Und das, was am ehesten an die Karten der restlichen Kollektion erinnert, ist die Taktik-Karte, die wir oben sehen. Denn die kommt auf weißem Hintergrund. So wie all die Basiskarten, die wir dann in den nächsten Videos zu dieser Kollektion sehen werden. Weiter geht's zunächst in den nächsten Tagen mit dem Multipack aus der UK Edition. Denn das konnte man zusammen im Set mit diesem Starter-Pack erwerben. Und dann hoffe ich euch natürlich auch möglichst bald die Produkte der Edition zeigen zu können, die in Deutschland erhältlich ist. Und vielleicht hat mir Tops bis dahin dann auch verraten, wo genau die Unterschiede zwischen beiden Versionen liegen. Ich bleibe da für euch auf jeden Fall am Ball. In der Zwischenzeit dürft ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von all dem haltet, was ihr in diesem Video gesehen habt. Und vor allem auch erfahren habt zu den Hintergründen zu dieser Kollektion. Aus meiner Sicht, auch wenn die Karten, die wir hier sehen, mir persönlich richtig gut gefallen, eigentlich ein komplettes No-Go. Eine Champions-League-Kollektion schon zu einem Zeitpunkt zu veröffentlichen. Zu dem die vorherige Saison noch nicht mal abgeschlossen, beziehungsweise vielleicht gerade abgeschlossen ist. Sicherlich haben wir durch die allgemeine Situation in diesem Jahr ein bisschen besondere Umstände. Normalerweise wäre die Saison ja im Mai zu Ende gewesen. Aber da hätte man dann einfach darauf reagieren müssen. Zumal ja auch noch genug Zeit ist, bis die neue Champions-League-Saison beginnt. Die Gruppenphase startet ja erst Ende Oktober. Und dementsprechend hätte sicherlich auch keiner ein Problem damit gehabt, wenn diese Kollektion erst Ende Oktober oder sogar erst Mitte November erschienen wäre. So haben wir dann zahlreiche Spiele in dieser Kollektion, die inzwischen den Verein gewechselt haben. Es vielleicht sogar in den nächsten Wochen noch tun werden. Und wie gesagt, auch Mannschaften dabei, die sich dann noch nicht mal für die Champions League qualifiziert haben. Von daher lässt mich das Ganze so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück. Da ich zum einen die Karten, die Tops für diese Kollektion gestaltet hat, richtig klasse finde. Die weiteren werden wir ja dann im nächsten Video noch sehen. Aber auf der anderen Seite massiv enttäuscht bin von dem, was Tops da inhaltlich für diese Kollektion zusammengestellt hat. Und man aufgrund der enthaltenen Mannschaften und des Release-Termins klar sagen muss, dass das inhaltlich eigentlich kaum noch was mit der kommenden Champions-League-Saison zu tun haben wird. Gespannt bin ich schon darauf, was ich von euch dazu unten in den Kommentaren lesen werde. Würde mich zum Abschluss auf jeden Fall freuen, wenn ihr nochmal aufs Däumchen nach oben klickt, wenn ihr bisher noch kein Like da gelassen habt. Und wenn ihr die weiteren Videos zu dieser Kollektion, also zum einen das, was wir uns von der UK-Edition noch anschauen werden, aber dann vor allen Dingen auch das, was auf dem deutschen Markt erhältlich ist, nicht verpassen wollt, dann sichert euch das kostenlose Kanal-Abo, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video hier online geht. Ich danke euch für euer Interesse an diesem Video. Würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.